Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 9. Juni 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1356. Heute mit den folgenden Themen. Meta, Vivo, iOS 17, WhatsApp, Mira, OneDrive, Android Auto, Samsung und iMessage. Und ja, Motorola kommt noch am Schluss. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den Themen. Meta, das ist eigentlich ein Thema, das noch letzte Woche rausgekommen ist. Ich aber irgendwie verpasst habe, mit reinzunehmen. Ich habe es einfach abgetan. Vor allem, weil Marc sich vordrängeln wollte. Marc, der Herrn Zuckerberg von Facebook, hat nämlich bekannt gegeben, kurz vor dem Apple-Event, dass da ihre neue Meta-Quest 3 kommen wird. Man sieht auf den Bildern schon, dass eine Brille ist, durch die man nicht durchsehen kann. Und die zwei so Handhelds hat, um das Ganze zu bedienen. Ich bin sehr gespannt. Und ja, mal schauen, was dann rauskommen wird. Vor allem im Vergleich zu dem, was Apple gezeigt hat. Aber aktuelle Geräte lassen sich da ja nicht wirklich vergleichen. Dann bedenkt man, dass die Meta-Quest irgendwie, ja, knapp, was ist das, ein Sechsel davon kostet. Oder so etwas in dem Spielraum rum. Mal schauen, was es da genau dann geben wird. Wie gesagt, erst im Herbst ist es soweit. Aktueller denn je ist aber Vivo. Deren Webseite ist neu auch leer. Was heisst lauchleer? Ja, nach Oppo hat es unter anderem auch noch andere Unternehmen erwischt. Jetzt eben wie Vivo. Auch die wurden jetzt von Nokia verklagt. Gehören zum gleichen Tochterunternehmen. Also BBK-Tochter wie Oppo und auch OnePlus. Und ja, es ist halt jetzt leider so. Die dürfen auch nicht weiterverkaufen. Und ich denke, es geht auch nicht lang. Wird es auch bei OnePlus anklopfen. Und dann fällt auch das raus. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer da zuerst aufgibt. Ob Oppo diesen langen Atemzug hat. Die nötige Mutterfirma mit Geld hätten sie im Hintergrund. Oder ob sie nachgeben und doch ein bisschen bezahlen. Oder ob es sonst eine Einigung gibt auf niedriger Preiskontingent. Wer weiss, wer weiss. Weitere Neuigkeiten zu WhatsApp. Da wird man aber erst nur in Singapur und Kolumbien die sogenannten WhatsApp-Kanäle, Channels einführen. Das sind Kanäle, die genützt werden können, um Dinge zu promoten. Als ob Firma oder als Einzelperson kann man sich da eine Community aufbauen. Und die Menschen da draussen können dann diesen Kanälen folgen und den Inhalt konsumieren. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie das ankommen wird und wer das für was nutzen wird. Rund um Apple gab es die Tage sehr viele Neuigkeiten. Logisch, die WWDC hat mit der Kino begonnen und läuft die ganze Woche. Da kommen natürlich viele Dinge raus. In der nächsten Geek Talk News Episode werden wir sicherlich noch ein paar von den Dingen aufschnappen und ein bisschen genauer besprechen. Nun, aber ist auch bekannt geworden, Apple hat eine weitere Firma aufgekauft, die im Bereich des AR-Headsets arbeitet. Mira nennt sich diese und hat sich auf AR-Lösungen spezialisiert. Unter anderem die Universal Studios, Mario Kart Ride. Der virtuelle Durchgang auf dieser Achterbahn wird von eben genau diesem Hersteller beliefert, aber auch das amerikanische Militär. Ich hoffe doch, dass nach der Übernahme Mira da nichts mehr fürs Militär macht, weil das würde nicht ganz so zusammenpassen. Aber Details werden wir wahrscheinlich nicht so schnell erfahren und oder vielleicht doch. Wir werden es sehen. OneDrive hat aktuell Störungen. Wenn du da mit Störungen zu kämpfen hast, bist du anscheinend nicht allein. Laut der Status-Webseite von Microsoft sollte das Problem aber bald schon behoben sein. Auch Probleme gibt es bei Android Auto. Wenn du so auch eines hast und Probleme hast mit dem Verknüpfen zu deinem Smartphone, auch da bist du nicht allein. Das Google-Forum hat hier schon einige Inhalte und hoffentlich auch bald eine Lösung. Dann gibt es auch bald eine Lösung von einem faltbaren Telefon Samsung. Jetzt weiss man, dass Samsung nicht erst im August, sondern schon im Juli ihr neues Falt-Smartphones vorstellen wird. Ich hoffe dann ohne diesen Keil und bin gespannt, was da sonst noch alles mit reinkommt. Zum Verhalten kommen wir nachher gleich nochmals. Zuerst gehen wir über zu Nacktbildern. Diese können nun auch Erwachsene auf Wunsch deaktivieren. In iMessage drin gibt es ja die Funktion für Kinder. Das soll jetzt mit iOS 17 auch für Erwachsene so sein, dass die Inhalte da nicht angezeigt bekommen. Keine Angst, die Inhalte gehen nicht vor über Apples Server. Das Ganze wird auf dem Gerät entdeckt und gebannt. Ich finde das eine sehr sinnvolle Geschichte. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu Motorola. Da haben sie nämlich gestern, und ich halte es hier schon in den Händen, ein neues Smartphone vorgestellt. Genauer gesagt vorgestellt haben sie es vor einer Woche, am 1. Juni in Madrid. Gestern aber war der Schweizer Lounge und da war ich dabei mit zwei anderen Schweizer Journalistenkolleginnen und ein paar andere Menschen waren da noch vor Ort, Influencer und so weiter. Und wir konnten uns schon mal den ersten Blick auf das neue Schicke in verschiedenen Farben und zwei Modellen anschauen. Eines kostet unter 1000 Währungseinheiten, eines ist knapp über 1000 Währungseinheiten. Das eine hat einen grösseren Akku, das günstigere, das andere hat einen kleineren Akku, das teurere. Dafür hat das teurere außen einen deutlich grösseren Screen. Wer schon gedacht hat, wow, Oppo hat einen riesen Screen. Ja, es gibt jetzt einen, der noch mehr Screen da oben drauf hat und das ist Motorola. Schicke Geräte, ich werde in den nächsten Tagen das eine oder andere auf irgendwelchen Quellen, wie zum Beispiel Instagram Stories und so weiter verbreiten und da mal schon den ersten Eindruck vermitteln und vielleicht, ich muss mal schauen, ob es zeitlich reicht, auch was ein bisschen mit Video dazu machen. Ansonsten könnt ihr dann bald schon in ein paar Wochen auf dem pokipsi.ch-blog den Testbericht dazu lesen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich jetzt, gleich ein bisschen noch klappen zu gehen. Oder noch ins Bett? Ja, morgen. Heute? Ich gehe noch ein bisschen klappen. Und damit wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen startenden Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wie immer findet ihr alle Links dazu auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Und denkt dran, Spotify ist kein Podcatcher. Das wollte ich schon lange wieder mal sagen. In diesem Sinne, bis bald, dein Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.